Ahoy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Mann, das ist ein Standard-Move von mir irgendwie, wenn ich Badwoss spiele. Direkt erstmal runterzuspringen! Leute, wir sind hier wieder zusammen mit den beiden Chaoten. Hi! Hallo! Chaos Flo! Ja, hallo, ich spiele erstmal Bettwares. Hallo, Flo's Klo. Warte, was? Hi, hi, Tasutu! Flo's Klo, so wie Blue's Klo. Das ist Tops, das hinten ist Flo und ich hab Skillcover mit dabei. Und wir haben heute die Mission, unser Bett zu verteidigen. Und ich würde sagen, die nehmen wir sehr ernst. Wie geht's euch? Mir geht's ganz gut. Nur hab ich panische Angst vor Wespen, die manchmal auch. Ja, du bist komisch, stell dich nicht so an. In deinem Zimmer lauern Wespen? Ja, mehr oder weniger. Die kriechen sich durch irgendwelche Löcher und so weiter, wo ich meine Kabel lang verlegt habe. Also da kriechen Wespen in deinem Zimmer rum. Ja, sozusagen. Das ist sehr unangenehm, findest du nicht? Ja, das Ding ist halt, ich hab ja ein Fenster. Also ich hab kein Fenster. Das ist dein Fehler. Ja, das ist mein Fehler, genau. Ohne Fenster lebt sich sicherer vor Wespen. Ja, ist die Wespe doch einfach. Genau, Flo, so funktioniert das auch. Ja, stimmt eigentlich. Wieso ist sie die Wespe nicht? Die Kette der Natur, einfach der Stärkere gewinnt. Ja. Warte mal. Du musst Dominanz bewiesen, Tops. Meins! Ich hab das Bett von denen abgebaut. Ja, das ist... Nein, so ein einer ist... Und... Mist, ich bin gestorben. Aber einen habe ich. Was machst du jetzt mit den Wespen, Tops? Mit den Wespen? Ja, keine Ahnung. Ich muss warten, bis die Dings haben... Bis die Dings haben vorbei ist. Ich hab ne Idee, Tops. Hör mir zu. Du musst einfach Hornissen kaufen und die essen dann die Wespen. Und dann hast du keine Wespen mehr. Ich muss Hornissen kaufen. Inwiefern ist das? LOL! Ich bin Hornissen-Händler, genau. Ist ja direkt über die Ecke. Kannst du eben Dark World bestimmt bestellen. Ja. Oh mein Gott, ist der Grüne, der ist ja... Nein, Spaß. Oder, Tops, ein normal... Wenn man so einen Wespen ist oder einen Bielen ist, hat... Normal gehst du da mit einem Flammenwerfer immer ran. Das ist echt das... Ja, und dann geht das Ausbild ab, ja. Kann einer mal von euch zu Grün kommen? Bitte den letzten Grün töten. Der ist ganz schön gefährlich. Ich hab aber keine Schwerte. Ja, jeder hat ein Schwert von Anfang an im Inventar. Ja, Flo weiß das nicht. Jetzt hab ich ein starkes. Komm mal rüber, wenn ihr könnt, bitte. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich sehe niemanden. Zu Grün, oder? Ja, zu Grün. Okay, ich bin bei Grün. Das stimmt nicht. Ach doch, da bist du. Ey, was war ich das größte Insekt, was ihr in der Hand gehalten habt? LOL, Insekt? Ich hab noch nie einen Insekt in der Hand gehalten, glaube ich. Warum? Oh, wie ein Teppich. Ich hab seine Hand geblüttelt. Oh, den kann ich auch. Das heißt, du musst nicht in der Hand gehalten. Ja, nein. Geh du von unten? Ja, los, los. Woll, 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 woll. Ah. Nein. Ja, ja, ich weiß, der ist nicht schlecht. Oh nein, der hat noch vier Herzen. Wir hätten zu dritt drauf gehen müssen. Ich hätte dich vorwarten sollen. Der ist nämlich ganz gut eigentlich. No, der ist runtergefallen, wo er mich, äh, Dings, mir abgelaufen hat. Ja, nice. Nice, sehr gut. Das werte ich mal, das Kill. Ja, genau. Sehr gut gemacht, Flo. So, was hast du? Ich hab ihn gekillt, den Typ von eben. Hä, ich dachte, Flo hat ihn gekillt. Hä, den? Nee, ich hab den blauen gekillt. Ach, du hast den blauen gekillt. Ah, ich glaub, die haben aber auch kein Bett mehr, gell? Ähm, warte mal, haben die hier noch, ja, hier kann ich mir noch ein bisschen Blöcke kaufen. Ja, wo kann ich mir Rüstung kaufen? Die blauen haben auch kein Bett mehr? Ja, die haben auch kein Bett mehr. Stimmt, da stehen nur noch vier Leute. Ja, cool, alles klar. Dann können wir auch die blauen ja auch noch gleich holen gehen. Der einzige, der noch hat, ist, glaub ich, Rot, ne? Rot hat noch ein Bett. So, ich baue mich mal hier hoch. So, teuer. Weißt du, was du immer machen musst? Nein, weiß ich nicht. Du musst dir immer Gold, also bist du auf zwölf Gold sparen und du kennst dir den Eisenrüstung. Und dann hast du die Kamanen. Ja, das mache ich ja auch schon immer, Tops. Das hast du mir letztens schon erklärt. Ähm, was, warte, Rot hat noch Bett, ne? Rot hat noch Bett. So war das doch, oder? Okay, warte, dann baue ich mich mal zu den Roten. Die sind nämlich gerade sehr stark mit Blau beschäftigt. Mit ein bisschen Glück könnte ich ja... Nee, da kommt einer. Okay, da kommt einer. Rückzug! Taktischer Rückzug! Oh, da ist ein Gelber. Da kommt ein Blauer und der Blau... Tops, hilf mir! Du bist doch bei mir! Hä? Wieso hilfst du mir nicht? Ich bin hinter dir. Entschuldigung, ich brauche... Ich habe vier Emeralds, die würde ich gerne... Hab ihn! Nice! Oh, danke, Tops, du bist der Beste. Ja, danke, danke. Danke, Tops, du bist die Beste. Ey, ey. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum in Minecraft eigentlich alles vierkig ist und nicht dreieckig oder so? Oder nicht rund? Das wäre auch mal interessant, wenn es dreieckig wäre, oder? Ich habe den Typen da jetzt gekochen, oder? Da kommt Blau. Oder sechsäckig. Ich brauche mit Trankeffekten, der möchte rüberspringen. Du schaffst es, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich brauche noch einen Emerald. Komm schon. Ja, danke schön. Oh, wir sind die Letzten mit dem Bett, das ist aktiv. Das heißt, wenn wir die ganzen Gegner jetzt... Was, da sind alle Betten weg? Alle Betten sind weg, ja. Wenn wir alle Gegner Illuminati, dann sind wir die Sieger? Ich will nichts sagen, aber das habe ich mir zu verdanken. Echt? Nein. Was hast du denn gemacht? Ich habe unser Bett verteidigt. No, der Typ hat gerade Dings, der ist gerade geflogen für die Sekunde. Warte, was? Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur leck. Das ist leck, wahrscheinlich. Nein, ich glaube, der ist gut. Ah, nein, die Roten sind hier noch. Oh, cool, ich habe mir Rüstung gekauft. Ich kann doch jetzt meine Sachen mal abkriegen. Nein, die Roten stehen einfach alle hier drin. Wo stehen die Roten? Die stehen einfach alle bei den Items. Ach, lol. Okay. Willst du die Eisbärme im Winter? Das hier einmal. Und die haben nichts mehr in der Truhe. Okay, dann können wir weitergehen, glaube ich. Was kann ich mir nochmal von Dias kaufen? Hä, wie können die so schnell schlagen? Ach so, ist hier das 1-Pro-Lacht-Kampf-System oder wie? Ja. Ja, ja, das ist das Normale. Oh, Leute, ich warte die ganze Zeit. Ich schlage die ganze Zeit. Das brauchst du nicht. Okay, warte mal. Gibt es irgendein Team, was noch... Ist Blau noch am Leben? Ja, Blau ist noch am Leben. Du siehst, wenn du... Oh, Blau kommt zu uns. Von der Seite. Die wollen zu Grün gehen. Und von da aus wollen sie zu uns. Ich sehe es genau. Ja, die sind eigentlich alle echt schlecht. Soll ich vorstürmen und du, äh... Okay. Ne, er läuft, er läuft, er läuft. Er hat schon Angst bekommen, als ich ihn gesehen habe. So. Kann ich mir nicht sogar ein Schwert kaufen, besseres? Ja, 7 Gold kostet ein Eisenschwert. Ja. Oder hätte ich mir auch ein richtiges... Hast du mir auch 3 Smaragde? Ich habe 3 Smaragde. Oh, da hättest du, glaub ich, auch ein Diaschwert kaufen können. Ich hätte mir auch ein Diaschwert kaufen können. Warte, will jemand mein Eisenschwert? Ne, da liegst du in die Enderkäste, fällst du schon, dann stirbst du... Ey, hier ist einer, der baut sich gerade zu uns. Die roten, die beiden. Warte mal, die kommen zu uns? Aber ich habe keinen Bogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott, ich komme zurück. Oh nein. Leute, unser Bett. Nein. Ja, ich habe eine Runde geworfen. Taktischer Respawn. Steht unser Bett noch? Ja. Oh, der ist am Bett. Nein. No, ich bin aber noch respawn. Unser Bett wurde zerstört, aber der Rote ist tot, oder? Ja, warte mal. Ist hier noch einer? Ey, ich habe was rausgefunden. Wenn du gerade am respawnen bist und das Bett in dem Moment abgebaut wirst, du respawnst trotzdem noch. Echt? Ja, ja. Ah, das ist ja cool. Ich glaube, wenn du gestorben bist und dann das Bett abgebaut wirst, dann wirst du es rausgefunden. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich mache mal ein bisschen was in die Kiste. Ja. Ich hoffe, das packen wir jetzt. Welche Gegner leben noch? Zwei blaue noch? Ja, zwei blaue noch. Welches Team hat gerade unser Bett zerstört? War das rot? Wie kann ich mit den anderen Scheiben tippen? Mit at all, glaube ich. Oh, oh. Die blauen sind in der Mitte. Nein, all geht nicht. Ihr müsst aufpassen. Ihr habt jetzt kein Leben mehr. Das heißt, wenn ihr zerstört, dann ist das englötig. Okay. Ich könnte... Ich weiß nicht, ob die mich... Nee, ich glaube, die... Gefahr ist relativ groß. Dass die mich sehen. Ach so, ich bin gestorben. Aber ich dachte, ich habe überhaupt ganz vergessen, dass ich nicht mehr respawnen kann. Warte, du bist gestorben. Nein! Der Block ist weggebackt. Okay, Leute, der Block wollte mich gerade ein bisschen trollen. Wie sieht es aus? Schafft ihr es? Oh mein Gott. Ich bin da einer. Ich glaube, wir gewinnen trotzdem noch, oder? Ich habe das Geekammer. Wer erlebt noch Tops? Ich weiß nicht. Wo ist der andere blau? Ich weiß nicht. Kann ich mich irgendwie zu dem... Der ist bei der DIA-Insel von Gelb. Der kommt jetzt Mitte. Der hat ein Gold auf Regress. Oh nein. Oh mein Gott, der hat Klickbott. You're nice. Victory. All right, Leute. Klickbott. Okay, Freunde, das war es dann mit unserer heutigen Folge. Hier von Minecraft Bad Wars auf Hypixel. Wenn es nicht geweint hat, like da lassen. Wir sehen uns. Oh, was mache ich denn da? Ups. Alles klar. Wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Oder gerne auch bei Tops oder Flo auf deren Kanälen. Bis dahin. Ich habe euch allen noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.